Lektion 1 – Eine entspannte Atmosphäre schaffen Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, unser Zuhause gemütlicher und entspannter zu gestalten. Hallo John, das klingt nach einer großartigen Idee. Was schwebt dir vor? Nun, ich dachte darüber nach, ein paar warme Glühbirnen zu kaufen, um ein beruhigendes Ambiente zu schaffen. Oh, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Warmes Licht kann einen Raum definitiv einladender wirken lassen. Wo willst du sie bekommen? Ich schaue mir das an. Ich habe gehört, dass in der Innenstadt gerade ein neues Beleuchtungsgeschäft eröffnet wurde. Sie haben vielleicht eine große Auswahl. Das ist fantastisch. Es ist immer aufregend, neue Geschäfte zu erkunden. Übrigens, haben Sie darüber nachgedacht, Gimmschalter für die Jichter zu verwenden? Das ist ein gutes Argument. Dimmer würden es uns ermöglichen, die Helligkeit an unsere Stimmung und die Tageszeit anzupassen. Unbedingt. Es ist schön, die Flexibilität zu haben, je nach Anlass unterschiedliche Atmosphären zu schaffen. Ich denke, dadurch würde sich unser Zuhause persönlicher anfühlen. Ich stimme vollkommen zu. Es geht darum, dass sich unser Raum angenehm anfühlt und auf unsere Vorlieben zugeschnitten ist. Ich werde sicherstellen, dass das Beleuchtungsgeschäft auch Dimm-Schalter anbietet. Tolle Idee. Während Sie dort sind, sollten Sie vielleicht auch nach weichen, warmen Kissen und Decken suchen. Sie können unserem Wohnzimmer einen zusätzlichen Hauch von Gemütigkeit verleihen. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Weiche Textilien können das Komfortniveau definitiv erhöhen. Ich werde auch nach denen Ausschau halten. Wunderbar! Ich freue mich sehr darauf, unser Zuhause in eine Oase der Entspannung zu verwandeln. Es wird ein großartiger Ort sein, um nach einem langen Tag zu entspannen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Eine gemütliche und einladende häusliche Umgebung kann einen großen Unterschied in unserem allgemeinen Wohlbefinden bewirken. Absolut! Unsere Umgebung kann unsere Stimmung und unser Gefühl stark beeinflussen. Ich freue mich, dass wir Maßnahmen ergreifen, um eine entspanntere Atmosphäre zu schaffen. Ich auch. Ich denke, es wird unser Zuhause zu einem Ort machen, an dem wir inmitten unseres geschäftigen Lebens neue Energie tanken und Frieden finden können. Definitiv! Und es wird auch ein schöner Ort sein, um Freunde und Familie zu unterhalten. Ich kann mir die warme und einladende Atmosphäre bereits vorstellen. Das klingt reizend. Ich werde sicherstellen, dass die Schaffung dieses gemütlichen Ambientes Priorität hat. Unser Zuhause wird ein Zufluchtsort für uns und unsere Lieben sein. Darüber freue ich mich sehr. Es wird eine wundervolle Transformation sein. Machen wir unser Zuhause zum ultimativen Rückzugsort. Absolut! Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Projekt zu beginnen. Unser gemütliches Refugium erwartet uns. Lektion 2 Frühstückspläne Hallo, Anna. Hast du schon gefrühstückt? Hallo, John. Nein, noch nicht. Ich habe vor, welche zu machen. Was ist mit dir? Ich habe einen leichten Snack gegessen, aber ich könnte richtig frühstücken gehen. Was gedenkst du zu machen? Ich dachte daran, ein paar Rühreier mit Toast zuzubereiten. Vielleicht können wir ein paar sortierte Champignons und Spinat für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Das klingt köstlich. Ich liebe die Kombination aus Eiern und Gemüse. Wie wäre es mit einer Prise geriebenem Käse darüber? Tolle Idee! Käse würde das Rührei auf jeden Fall aufs nächste Level heben. Und wir können eine Sorte wählen, die gut schmilzt, wie Cheddar oder Gruyere. Lecker! Ich kann mir die cremige Textur und die käsige Güte schon vorstellen. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich freue mich, dass du dich darüber freust. Ich mache auch etwas frischen Orangensaft zum Frühstück. Es wird eine erfrischende Art sein, den Tag zu beginnen. Das klingt perfekt. Frisch gepresster Orangensaft ist so belebend. Es ist auch eine großartige Vitamin-C-Quelle. Es ist wichtig, unsere tägliche Dosis an Vitaminen und Nährstoffen zu sich zu nehmen. Ich werde darauf achten, reife Orangen für maximalen Geschmack zu verwenden. Apropos Obst, was hältst du davon, ein paar geschnittene Erdbeeren oder Bananen als Beilage hinzuzufügen? Oh, auf jeden Fall! Frisches Obst wäre eine wunderbare Ergänzung. Es wird unserem Frühstück einen Hauch von Farbe und natürlicher Süße verleihen. Ich stimme vollkommen zu. Es ist schön, ein ausgewogenes Verhältnis von Aromen und Texturen zu haben. Außerdem macht es das Essen optisch ansprechender. Absolut. Präsentation ist der Schlüssel, besonders wenn es um Essen geht. Es verbessert das gesamte kulinarische Erlebnis. Das ist wahr. Ästhetisch kann eine Mahlzeit angenehmer machen. Es ist wie ein Fest für die Augen und die Geschmacksknospen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Vergessen wir jetzt nicht den Toast. Ich denke, selbstgebackenes Brot wäre perfekt. Hausgemachtes Brot klingt toll. Allein der Duft von frisch gebackenem Brot ist unwiderstehlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Ich werde sicherstellen, dass der Teig im Wohaus zubereitet wird, damit wir warmes, frisch gebackenes Brot zum Frühstück haben können. Das ist fantastisch. Es gibt nichts Schöneres als das Aroma und den Geschmack von selbstgebackenem Brot. Es ist beruhigend und befriedigend. Absolut. Und das Beste daran ist, dass wir es mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Texturen anpassen können. Vielleicht können wir ein herzhaftes Kräuterbrot oder einen süßen Zimtstrudel probieren. Ich liebe deine Kreativität. Diese Variationen klingen fantastisch. Je nach Stimmung können wir verschiedene Optionen haben. Exakt. Abwechslung ist die Würze des Lebens, besonders wenn es um Essen geht. Es macht die Dinge interessant und unterhaltsam. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich freue mich sehr auf dieses Frühstück. Es wird ein köstlicher und erfüllender Start in den Tag. Ich auch. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit und es ist noch besser, wenn es in guter Gesellschaft geteilt wird. Ich bin dankbar, dich als meinen Frühstückskumpel zu haben. Ebenso. Es ist immer ein Vergnügen, zusammen zu essen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und den Tag positiv zu beginnen. Lektion 3 Professionell kleiden, um erfolgreich zu sein Hallo Anna. Ich habe über persönliches Wachstum nachgedacht und ein Aspekt, der mir in den Sinn kam, ist, sich professionell zu kleiden. Es kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie wir am Arbeitsplatz wahrgenommen werden. Hallo John. Du hast absolut recht. Professionelles Anziehen hinterlässt nicht nur einen positiven Eindruck, sondern stärkt auch unser Selbstvertrauen und unsere Professionalität. Das ist ein wichtiger Aspekt der Karriereentwicklung. Exakt. Wenn wir uns gut kleiden, zeigen wir unser Engagement für unsere Arbeit und zeigen Respekt vor uns selbst und anderen. Es setzt einen hohen Standard für Professionalität. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die berufliche Kleidung je nach Branche und Arbeitsplatzkultur unterschiedlich ist. Wir sollten uns immer angemessen für die Umgebung kleiden, in der wir uns befinden. Das ist ein gutes Argument. An verschiedenen Arbeitsplätzen kann es unterschiedliche Formalitäten geben. Es ist wichtig, den Dresscode einzuhalten und sich entsprechend anzupassen. Absolut. Es kann einen großen Unterschied machen, auf Details wie Pflege, Sauberkeit und die Wahl geeigneter Kleidung zu achten. Es zeigt, dass wir unsere Arbeit ernst nehmen. Ich stimme vollkommen zu. Die Liebe zum Detail ist der Schlüssel. Es geht nicht nur um die Kleidung, die wir tragen, sondern auch darum, wie wir uns als Ganzes präsentieren. Es geht darum, ein professionelles Image zu vermitteln. Exakt. Unser Auftreten kann Wände über unsere Arbeitsmoral, Liebe zum Detail und unser Engagement für unsere Rollen aussagen. Es kann bei Kunden, Kollegen und Vorgesetzten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Du hast absolut recht. Professionelles Anziehen kann Türen öffnen und Aufstiegschancen eröffnen. Es ist eine Investition in unser berufliches Wachstum. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Und es geht nicht nur um die Außenwahrnehmung. Professionelles Anziehen kann auch unser eigenes Selbstvertrauen und unsere Denkweise stärken. Wenn wir gut aussehen, fühlen wir uns gut. Das ist so wahr. Selbstvertrauen ist ein wichtiger Faktor am Arbeitsplatz. Wenn wir uns sicher fühlen, nehmen wir mit größerer Wahrscheinlichkeit Herausforderungen an, bringen unsere Ideen zum Ausdruck und bewirken etwas Positives. Absolut. Professionelles Anziehen kann uns einen zusätzlichen Schub an Selbstvertrauen geben. Es ist, als würde man eine Rüstung anziehen, die uns auf den Erfolg vorbereitet. Ich liebe diese Analogie. Sich professionell zu kleiden ist wie unsere Erfolgsweste zu tragen. Es hilft uns, den Tag mit Zuversicht und Belastbarkeit zu meistern. Definitiv. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass professionelle Kleidung nicht bedeutet, auf den persönlichen Stil zu verzichten. Wir können unsere Individualität immer noch im Rahmen der Professionalität unter Beweis stellen. Du hast absolut recht. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen dem Ausdruck unseres persönlichen Stils und der Einhaltung der Erwartungen an unseren Arbeitsplatz zu finden. Es geht darum, authentisch und professionell zugleich zu sein. Wenn wir dieses Gleichgewicht gefunden haben, kreieren wir unsere einzigartige professionelle Marke. Es ist ein Spiegelbild dessen, wer wir sind und was wir einbringen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unsere professionelle Marke ist ein wichtiger Aspekt unseres Karrierewachstums. Professionelles Anziehen ist nur ein Teil des Puzzles. Es ist eine Kombination aus unseren Fähigkeiten, unserem Wissen, unserer Einstellung und der Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Sich professionell zu kleiden ist ein mächtiges Instrument in dieser Gleichung. Gut gesagt. Lassen Sie uns weiterhin unserer beruflichen Entwicklung Priorität einräumen und uns daran erinnern, welche Auswirkungen es hat, sich professionell zu kleiden. Es ist eine Investition in unseren zukünftigen Erfolg. Lektion 4 Lieblingserlebnisse Hallo Anna. Ich habe über unsere Lieblingserlebnisse nachgedacht. Hattest du irgendwelche, die dir besonders in den Sinn gekommen sind? Hallo John. Oh, auf jeden Fall. Ich hatte einige unglaubliche Erfahrungen, die ich für immer schätzen werde. Wie steht's mit dir? Das klingt unglaublich. Ich hatte auch ein paar Lieblingserlebnisse, die mich nachhaltig geprägt haben. Es ist immer schön, über diese besonderen Momente nachzudenken. Absolut. Zu meinen Lieblingserlebnissen gehören Reisen an neue Orte und das Eintauchen in verschiedene Kulturen. Das Gefühl von Abenteuer und Entdeckung ist beispiellos. Ich kann das nachvollziehen. Reisen ist eine unglaubliche Möglichkeit, unseren Horizont zu erweitern und ein tieferes Verständnis der Welt zu erlangen. Es ist eine Fundgrube an einzigartigen Erlebnissen. Definitiv. Ich erinnere mich an eine besondere Reise nach Bali. Die lebendigen Farben, die atemberaubenden Landschaften und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen machten es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bali klingt unglaublich. Ich kann mir die Schönheit und Ruhe des Ortes nur vorstellen. Es ist unglaublich, wie Reisen uns in verschiedene Welten entführen und bleibende Erinnerungen schaffen können. Absolut. Es ist nicht nur das Reiseziel, sondern auch die Erlebnisse darin, die es zu etwas Besonderem machen. Die lokale Küche zu erkunden, Kontakte zu Menschen zu knüpfen und neue Aktivitäten auszuprobieren, all das trägt zur Magie bei. Das ist so wahr. Die Kombination von Sehenswürdigkeiten, Geräuschen, Geschmäckern und Interaktionen schafft ein Geflecht von Erinnerungen. Es sind diese einzigartigen Erlebnisse, die uns in Erinnerung bleiben. Definitiv. Und es geht nicht nur um Reisen. Zu meinen Lieblingserlebnissen gehören persönliche Erfolge, wie das Absolvieren einer herausfordernden Wanderung oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit. Das kann ich nachvollziehen. Persönliche Erfolge können unglaublich erfüllend sein. Sie drängen uns aus unseren Komfortzonen heraus und geben uns ein Erfolgserlebnis. Absolut. Ich erinnere mich, als ich Gitarre spielen gelernt habe. Das Gefühl, auf den Seiten zu klimpern und Musik zu machen, war unglaublich bereichernd. Es ist eine Fähigkeit, die ich heute noch genieße. Das ist fantastisch. Musik ist eine kraftvolle Art, uns auszudrücken und Freude zu finden. Ein Instrument spielen zu lernen, ist eine wunderschöne Reise der Selbstfindung. Definitiv. Und wo wir gerade von Selbstfindung sprechen, eine meiner Lieblingserlebnisse war die Teilnahme an einem Meditationsretreat. Es ermöglichte mir, mich mit meinem Inneren selbst zu verbinden und ein Gefühl des Friedens zu finden. Das klingt unglaublich. Meditation ist eine wunderbare Praxis für Achtsamkeit und Selbstbeobachtung. Es ist erstaunlich, wie sie Klarheit und Ruhe in unser Leben bringen kann. Absolut. Es ist wichtig, nach Erfahrungen zu suchen, die unseren Interessen und Werten entsprechen. Sie können uns große Freude und persönliches Wachstum bringen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unsere Lieblingserlebnisse prägen, wer wir sind und tragen zu unserem allgemeinen Glück bei. Es ist wichtig, in unserem Leben Platz für sie zu schaffen. Lektion 5 Ablaufdaten und Upgrades Hallo Anna. Ich habe über Verfallsdaten für Produkte nachgedacht. Manche haben sie, aber andere scheinen ewig zu halten. Es ist ein bisschen verwirrend. Was ist deine Meinung dazu? Hallo John. Du hast recht. Das Verfallsdatum kann je nach Produkt variieren. Einige Artikel, wie zum Beispiel verderbliche Lebensmittel, haben klare Verfallsdaten, um Sicherheit und Frische zu gewährleisten. Andere, wie Haushaltsgegenstände, haben jedoch möglicherweise kein bestimmtes Verfallsdatum. Das macht Sinn. Also, woher wissen wir, wann etwas aktualisiert oder ersetzt werden muss, wenn es kein Ablaufdatum gibt? Nun, in Ermangelung eines Verfallsdatums müssen einige Faktoren berücksichtigt werden. Beurteilen Sie zunächst den Zustand des Artikels. Funktioniert es immer noch richtig? Wenn nicht, ist es vielleicht Zeit für ein Upgrade. Das ist ein gutes Argument. Funktionalität ist der Schlüssel. Wenn etwas seinen Zweck nicht mehr erfüllt oder mehr Unannehmlichkeiten als Vorteile mit sich bringt, ist es wahrscheinlich an der Zeit, ein Upgrade in Betracht zu ziehen. Exakt. Darüber hinaus können technologische Fortschritte dazu führen, dass ältere Versionen von Produkten veraltet sind. Wenn es signifikante Verbesserungen der Leistung oder der Funktionen gibt, könnte sich ein Upgrade lohnen. Ich verstehe, was du meinst. Es ist wichtig, mit den Fortschritten Schritt zu halten, insbesondere in Bereichen wie Elektronik oder Software. Ein Upgrade kann unsere Erfahrungen verbessern und die Effizienz verbessern. Absolut. Es lohnt sich auch, die Kosten für die Wartung oder Reparatur eines Artikels im Vergleich zu den Kosten für ein Upgrade auf eine neuere Version abzuwägen. Manchmal ist ein Upgrade kostengünstiger. Das ist ein gutes Argument. Wenn die Kosten für Reparaturen oder Wartung die Vorteile einer Aufrüstung überwiegen, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass es Zeit für eine Änderung ist. Exakt. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile abzuwägen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ein Upgrade kann zu neuen Funktionen, einer verbesserten Leistung und auf lange Sicht sogar zu Kosteneinsparungen führen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die unseren Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Manchmal kann ein Upgrade neue Möglichkeiten eröffnen und unser Gesamterlebnis verbessern. Absolut. Und es geht nicht nur um physische Produkte. Es ist genauso wichtig, uns selbst, unsere Fähigkeiten und unser Wissen zu verbessern. Persönliches Wachstum hat kein Ablaufdatum. Das ist ein gutes Argument. Kontinuierliches Lernen, der Erwerb neuer Fähigkeiten und die Suche nach persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten sind unerlässlich, um in einer sich verändernden Welt zu wachsen und relevant zu bleiben. Exakt. So wie sich die Technologie weiterentwickelt, entwickeln wir uns auch. Wenn wir uns weiterentwickeln, können wir uns anpassen, erfolgreich sein und neue Chancen nutzen, die sich uns bieten. Ich liebe diese Perspektive. Sich selbst zu verbessern ist eine fortwährende Reise der Selbstverbesserung und Selbstfindung. Es hält uns engagiert, motiviert und bereit für alles, was als nächstes kommt. Absolut. Lassen Sie uns das Konzept von Ablaufdaten und Upgrades sowohl für unseren physischen Besitz als auch für unser persönliches Wachstum nutzen. Es ist der Weg zu kontinuierlicher Verbesserung und Erfolg. Gut gesagt. Treffen wir achtsame Entscheidungen, aktualisieren, wenn nötig, und entwickeln wir uns weiter. Ablaufdaten und Upgrades sind Teil der Reise zu einem besseren und erfüllteren Leben. Lektion 6 – Kluge Ratschläge Hallo Anna. Ich freue mich immer über deinen tollen Rat. Sie scheinen ein Händchen dafür zu haben, wertvolle Einblicke zu geben. Hast du noch weitere Tipps für mich? Hallo John. Danke für deine freundlichen Worte. Ich freue mich, dass mein Rat Ihnen weitergeholfen hat. Natürlich habe ich noch ein paar Tipps im Ärmel. Wozu suchen Sie konkret nach Ratschlägen? Nun, ich bin immer begierig darauf, zu lernen und mich zu verbessern. Irgendwelche Tipps, wie ich ein effektiverer Kommunikator werden kann? Absolut. Effektive Kommunikation ist in verschiedenen Lebensbereichen von entscheidender Bedeutung. Ein Tipp, den ich habe, ist, anderen aktiv zuzuhören. Achte auf ihre Worte, Körpersprache und Emotionen. Es zeigt, dass sie ihre Perspektive schätzen und fördert ein besseres Verständnis. Das ist ein fantastischer Tipp. Aktives Zuhören ist so wichtig, um starke Verbindungen aufzubauen und Missverständnisse zu vermeiden. Ich werde auf jeden Fall daran arbeiten, aufmerksamer zu sein. Ein weiterer Tipp ist, auf Ihre eigene Körpersprache und Ihren Tonfall zu achten. Nonverbale Hinweise können Bände sprechen. Halten Sie Augenkontakt, verwenden Sie offene und freundliche Gästen und sprechen Sie mit einem selbstbewussten und respektvollen Ton. Das ist eine großartige Erinnerung. Unsere Körpersprache und unser Tonus können erheblich beeinflussen, wie unsere Botschaft aufgenommen wird. Ich werde mich bewusst bemühen, positive und zugängliche nonverbale Hinweise zu vermitteln. Wunderbar! Ein weiterer Tipp für eine effektive Kommunikation ist, Ihre Botschaft klar und präzise zu formulieren. Vermeiden Sie unmütigen Jargon oder komplizierte Sprache. Kommen Sie direkt zur Sache, stellen Sie aber auch genügend Kontext zur Verfügung, um Klarheit zu schaffen. Ich sehe den Wert darin. Eine klare und präzise Kommunikation stellt sicher, dass unsere Botschaft leicht verstanden wird und Verwirrung vermieden wird. Ich werde mich bemühen, bei der Übermittlung meiner Nachrichten achtsamer zu sein. Das ist ausgezeichnet. Zu guter Letzt, seien Sie immer offen für Feedback und bereit, Ihren Kommunikationsstil anzupassen. Jede Interaktion ist eine Gelegenheit, zu lernen und zu wachsen. Nutze konstruktive Kritik als Chance, Dich zu verbessern. Das ist eine großartige Denkweise. Wenn wir Feedback einbeziehen, können wir unsere Kommunikationsfähigkeiten verfeinern und insgesamt bessere Kommunikatoren werden. Ich werde daran denken, Feedback unvoreingenommen anzunehmen. Wunderbar! Denken Sie daran, dass effektive Kommunikation eine lebenslange Fähigkeit ist, von der Sie in allen Lebensbereichen profitieren können, egal ob es sich um persönliche Beziehungen, berufliche Situationen oder sogar ungezwungene Gespräche handelt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ihr Rat ist von unschätzbarem Wert und ich freue mich, dass Sie diese Tipps mit mir teilen. Ich freue mich darauf, Sie in die Praxis umzusetzen und ein effektiverer Kommunikator zu werden. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, es ist eine Reise der kontinuierlichen Verbesserung. Wenn Sie diese Tipps anwenden und mehr Erfahrung sammeln, werden Ihre Kommunikationsfähigkeiten zweifellos gedeihen. Ich danke dir. Ich bin dankbar für Ihre Anleitung und Unterstützung. Ich werde weiter an diesen Tipps arbeiten und mich bemühen, der beste Kommunikator zu werden, der ich sein kann. Lektion 7 Neue Hobbys entdecken Hallo, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, etwas Neues auszuprobieren. Irgendwelche Vorschläge? Hallo, John. Absolut. Es gibt so viele spannende Hobbys, die du erkunden kannst. Wofür interessierst du dich? Nun, ich war schon immer von der Fotografie fasziniert. Und denkst du, es ist ein gutes Hobby für den Anfang? Oh, auf jeden Fall. Fotografie ist eine fantastische Möglichkeit, schöne Momente festzuhalten und ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Sie können mit einer einfachen Digitalkamera beginnen und mit verschiedenen Blickwinkeln und Motiven experimentieren. Das klingt toll. Ich habe einige atemberaubende Landschaftsfotos online gesehen. Irgendwelche Tipps zum Fotografieren atemberaubender Landschaften? Natürlich. Zuerst müssen Sie den richtigen Standort finden. Suchen Sie nach Orten mit interessantem Terrain, lebendigen Farben oder einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Berücksichtigen Sie dann die Lichtverhältnisse. Der frühe Morgen oder der späte Nachmittag bieten oft das beste natürliche Licht für Landschaftsaufnahmen. Das macht Sinn. Das behalte ich im Hinterkopf. Was ist mit Portraits? Ich finde sie ein bisschen herausfordernd. Portraits können knifflig sein, aber mit etwas Übung wirst du sie meistern. Konzentrieren Sie sich darauf, die Emotionen und die Persönlichkeit der Person einzufangen, die Sie fotografieren. Experimentieren Sie mit verschiedenen Posen, Lichteinstellungen und Hintergründen, um eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Ich verstehe. Ich sehe aus, als müsste ich auch ein Auge für Details und Kompositionen entwickeln. Irgendwelche Ratschläge dazu? Die Komposition spielt in der Fotografie eine wichtige Rolle. Denken Sie an die dritte Regel, bei der Sie den Rahmen horizontal und vertikal in Drittel teilen. Platzieren Sie Ihr Hauptmotiv entlang dieser Linien oder an Ihren Kreuzungen, um eine optisch ansprechendere Komposition zu erzielen. Das ist ein nützlicher Tipp. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Übrigens, was ist mit der Nachbearbeitung? Wie wichtig ist es? Durch die Nachbearbeitung können Ihre Fotos verbessert und Ihnen eine professionelle Note verliehen werden. Sie können die Bearbeitungssoftware verwenden, um Helligkeit, Kontrast, Farben und Zuschnitt anzupassen. Pass nur auf, dass du es nicht übertreibst. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat. Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Hobby zu beginnen. Lektion 8 WLAN-Probleme lösen Hallo Anna. Ich hatte in letzter Zeit Probleme mit meinem Internet. Irgendwelche Vorschläge zur Verbesserung des Wi-Fi-Signals? Hallo John. Ich kann dir dabei helfen. Langsames oder schwaches WLAN kann frustrierend sein, aber es gibt mehrere Dinge, die Sie versuchen können, um es zu verbessern. Lassen Sie uns zunächst mit den Grundlagen beginnen. Haben Sie versucht, Ihren Router neu zu starten? Ja, das habe ich schon versucht, aber es schien keinen signifikanten Unterschied zu machen. In Ordnung. Eine Sache, die Sie tun können, ist Ihren Router neu zu positionieren. Stellen Sie sicher, dass es sich an einer zentralen Stelle in Ihrem Haus befindet, fern von Hindernissen wie Wänden oder Geräten, die das Signal stören können. Das ist ein gutes Argument. Ich werde versuchen, es an eine zentralere Stelle zu bringen. Was ist mit anderen Geräten, die möglicherweise mit dem WLAN verbunden sind? Können Sie das Signal beeinflussen? Absolut. Andere Geräte können Bandbreite verbrauchen und die Gesamtleistung Ihres WLAN beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass nicht zu viele Geräte gleichzeitig angeschlossen sind. Trennen Sie alle unnötigen Geräte oder Anwendungen, die viel Bandbreite beanspruchen. Das war mir nicht bewusst. Ich habe die meiste Zeit mehrere Geräte angeschlossen. Ich trenne die Verbindung zu den Geräten, die ich gerade nicht verwende. Das sollte helfen. Außerdem können Sie versuchen, den Wifi-Kanal auf Ihrem Router zu ändern. Manchmal kann es zu Störungen durch andere Netzwerke in der Nähe kommen, die denselben Kanal verwenden. Wie ändere ich den Wifi-Kanal auf meinem Router? Sie können auf die Einstellungen Ihres Routers zugreifen, indem Sie dessen IP-Adresse in Ihren Webbrowser eingeben. Suchen Sie nach dem Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen, indem Sie eine Option zum Ändern des Kanals finden sollten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kanälen, um den Kanal mit der geringsten Interferenz zu finden. Das ist gut zu wissen. Das versuche ich mal. Kann ich noch etwas tun, um mein Wifi-Signal zu verbessern? Ja, Sie können auch die Verwendung eines Wifi-Extenders oder eines Mesh-Netzwerksystems in Betracht ziehen. Diese Geräte helfen dabei, die Reichweite Ihres Wifi-Signals zu erhöhen und Funklöcher in Ihrem Haus zu beseitigen. Ah, ich habe von denen gehört. Ich werde mir einen Wifi-Repeater besorgen, um das Signal in Gebieten mit schwacher Abdeckung zu verstärken. Das ist eine tolle Idee. Das sollte auf jeden Fall helfen. Und denken Sie daran, wenn alles andere fehlschlägt, können Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Diese Tipps sollten meine Wifi-Probleme lösen. Vielen Dank! Hallo Anna! Ich habe darüber nachgedacht, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen. Hast du irgendwelche Vorschläge, wo du anfangen sollst? Hallo John! Das ist großartig! Nachhaltige Entscheidungen zu treffen ist für die Umwelt von entscheidender Bedeutung. Ein einfacher Schritt, den Sie unternehmen können, ist die Reduzierung Ihres CO2-Fußabdrucks. Haben Sie schon einmal von diesem Begriff gehört? Sicher! Ihr CO2-Fußabdruck bezieht sich auf die Menge an Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid, die aufgrund ihrer täglichen Aktivitäten und ihrer Lebensweise in die Atmosphäre freigesetzt werden. Ah, ich verstehe. Also, was kann ich tun, um meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren? Es gibt viele Dinge, die du tun kannst. Sie können beispielsweise damit beginnen, in Ihrem Zuhause Energie zu sparen. Schalten Sie das Licht aus und ziehen Sie elektronische Geräte vom Stromnetz, wenn sie nicht verwendet werden, und ziehen Sie in Betracht, auf energieeffiziente Geräte umzusteigen. Das ist ein gutes Argument. Ich werde mehr auf meinen Energieverbrauch achten. Was ist mit dem Transport? Wie kann ich es nachhaltiger machen? Der Verkehr trägt erheblich zu den CO2-Emissionen bei. Erwägen Sie, wann immer möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Fahrrad zu fahren. Wenn Sie fahren müssen, entscheiden Sie sich für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug. Ich werde diese Optionen auf jeden Fall erkunden. Was kann ich noch tun, um einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Abfallreduzierung. Übe die 3R, reduzieren, wiederverwenden und recyceln. Minimiere Einwegartikel, verwende sie für andere Zwecke oder spende sie, anstatt sie wegzuwerfen, und achte darauf, sie ordnungsgemäß zu recyceln. Ich schätze die Tipps. Es scheint, als ob nachhaltiges Leben bewusste Entscheidungen in verschiedenen Lebensbereichen erfordert. Gibt es bestimmte Gewohnheiten, die ich annehmen sollte? Unbedingt. Sie können damit beginnen, weniger zu konsumieren und umweltfreundliche Produkte zu wählen. Unterstützen Sie lokale und nachhaltige Unternehmen, bauen Sie nach Möglichkeit Ihre eigenen Lebensmittel an und priorisieren Sie natürliche und biologische Produkte. Das sind großartige Vorschläge. Ich werde mich bemühen, sie in meinen Lebensstil zu integrieren. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Ja, achten Sie auf Ihren Wasserverbrauch. Sparen Sie Wasser, indem Sie kürzer duschen, undichte Stellen reparieren und wassersparende Armaturen verwenden. Erwägen Sie auch, erneuerbare Energiequellen wie Sonnen- oder Windkraft zu unterstützen. Ich hatte nicht über den Wasserverbrauch nachgedacht. Danke, dass du das angesprochen hast. Ich werde auf jeden Fall daran arbeiten, meinen Wasserverbrauch zu reduzieren. Lektion 10. Vorbereitungen für einen Strandausflug Hallo, Anna. Ich plane bald einen Strandausflug. Irgendwelche Vorschläge, welche Essentials ich einpacken sollte? Hallo, John. Wie aufregend. An den Strand zu gehen macht immer Spaß. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die Sie unbedingt einpacken sollten. Ich bin ganz ohr. Was sind die Mustaves für einen Strandausflug? Vergessen Sie in erster Linie nicht Ihre Sonnencreme. Es ist wichtig, Ihre Haut vor den schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen. Achten Sie darauf, ein Breitspektrum Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor zu wählen. Das ist eine großartige Erinnerung. Sonnencreme ist definitiv ein Muss. Was sollte ich noch mitbringen? Sie benötigen auch ein Strandtuch oder eine Strandmatte, auf der Sie sich entspannen können. Es ist eine gute Idee, ein zusätzliches Handtuch zum Abtrocknen nach dem Schwimmen mitzubringen. Guter Punkt. Ich sorge dafür, dass ich genug Handtücher für alle einpacke. Was ist mit Snacks und Getränken? Unbedingt. Vergessen Sie nicht, erfrischende Getränke und Snacks einzupacken. Bleiben Sie mit Wasser hydratisiert und Sie können auch Obst, Sandwiches oder andere leichte Snacks mitbringen, um Energie zu tanken. Ich werde auf jeden Fall ein paar Snacks und Getränke einpacken, um sie am Strand zu genießen. Was ist mit Unterhaltung? Es macht immer Spaß, Strandunterhaltung zu haben. Erwägen Sie, einen Wasserball, eine Frisbee oder sogar einen tragbaren Lautsprecher für Musik mitzubringen. Es trägt zur Strandatmosphäre bei und sorgt dafür, dass alle unterhalten werden. Tolle Ideen. Ich werde dafür sorgen, dass ich ein paar Strandspiele und einen Lautsprecher einpacke, um für Stimmung zu sorgen. Muss ich sonst noch etwas mitbringen? Vergessen Sie nicht Ihre Badekleidung und Wechselkleidung. Es ist auch eine gute Idee, einen Sonnenschirm oder einen Sonnenschirm mitzubringen, um etwas Schatten zu spenden. Ich werde auf jeden Fall meine Badekleidung und ein paar zusätzliche Klamotten einpacken. Ein Sonnenschirm klingt nach einer guten Idee, um am Strand etwas Schatten zu haben. Denken Sie zum Schluss daran, eine Strandtasche mitzubringen, in der Sie alle wichtigen Dinge verstauen können. Es sollte groß genug sein, um alles bequem unterzubringen. Ich werde sicherstellen, dass ich eine Strandtasche dabei habe, um alles organisiert zu halten. Danke für die Erinnerung. Ich freue mich jetzt mehr auf meinen Strandausflug. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Hab eine fantastische Zeit am Strand. Genieße die Sonne und den Sand. Danke. Ich kann dieses Strandabenteuer kaum erwarten. Ich werde dafür sorgen, dass alles Nötige eingepackt ist. Lektion 11 Kunstverständnis Hallo Anna. Ich habe kürzlich ein Kunstmuseum besucht und es war absolut unglaublich. Warst du schon einmal in einem? Hallo John. Ja, ich liebe es, Kunstmuseen zu besuchen. Sie bieten ein einzigartiges Erlebnis und die Möglichkeit, verschiedene Kunstformen zu schätzen. In welches Museum bist du gegangen? Ich war im Metropolitan Museum auf Artikel. Die Sammlung war umfangreich und vielfältig und umfasste verschiedene Epochen und Kunststile. Das klingt unglaublich. Welche Art von Kunst hat dir am meisten Spaß gemacht? Ich fühlte mich besonders zu den Renaissance-Gemälden hingezogen. Der Detaillierungsgrad und die Verwendung lebendiger Farben waren faszinierend. Die Kunst der Renaissance ist in der Tat faszinierend. Die Künstler dieser Zeit waren Meister darin, Emotionen einzufangen und realistische Darstellungen zu schaffen. Hast du andere Kunstformen erforscht? Ja, ich habe auch die Abteilung für zeitgenössische Kunst erkundet. Es war faszinierend zu sehen, wie Künstler ihre Ideen und Emotionen durch unkonventionelle Medien und abstrakte Formen ausdrücken. Zeitgenössische Kunst kann zum Nachdenken anregen und offen für Interpretationen sein. Es ist interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Perspektiven und Konzepte Künstler einbringen. Hat ein bestimmtes Kunstwerk ihre Aufmerksamkeit erregt? Es gab eine Skulptur, die vollständig aus resisselten Materialien bestand und die mir wirklich auffiel. Es war ein starkes Statement über Nachhaltigkeit und die Bedeutung der Wiederverwendung. Das klingt nach einem zum Nachdenken anregenden Stück. Kunst hat die Macht, Emotionen hervorzurufen und wichtige Botschaften zu vermitteln. Es ist wunderbar, dass Künstler ihre Kreativität einsetzen können, um auf drängende Probleme aufmerksam zu machen. Unbedingt! Kunst hat die Fähigkeit, sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden, was sie zu einer universellen Ausdrucksform macht. Es ermöglicht uns, mit anderen in Kontakt zu treten und verschiedene Perspektiven zu erkunden. Kunst hat wirklich eine Art, Menschen zusammenzubringen. Sie fördert den Dialog und regt Gespräche an. Haben Sie während Ihres Besuchs etwas Neues gelernt? Ja, ich habe verschiedene künstlerische Techniken und den historischen Kontext hinter verschiedenen Kunstrichtungen kennengelernt. Es vertiefte mein Verständnis und meine Wertschätzung für Kunst als Ganzes. Das ist fantastisch! Kunstmuseen sind nicht nur visuell faszinierend, sondern auch lehrreich. Sie bieten wertvolle Einblicke in Geschichte, Kultur und die Entwicklung der Kunststile. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Kunstmuseen sind Schatzkammern des Wissens und der Inspiration. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Es ist wunderbar, Deinen Enthusiasmus zu sehen. Kunst bereichert unser Leben und erweitert unseren Horizont. Ich hoffe, Sie erkunden und schätzen weiterhin verschiedene Kunstformen. Ich danke dir. Das werde ich auf jeden Fall. Kunst ist zu einer neuen Leidenschaft von mir geworden und ich kann es kaum erwarten, tiefer in diese faszinierende Welt einzutauchen. Lektion 12 Köstlichkeiten aus dem Kräutergarten Hallo Anna, ich habe einen kleinen Kräutergarten angelegt und habe Basilikum, Petersilie, Thymian und Minze. Sie decken eine breite Palette von Geschmacksrichtungen zum Kochen ab. Hallo John, das ist wunderbar. Frische Kräuter griffbereit zu haben, kann den Geschmack Ihrer Gerichte verbessern. Wie planen Sie, sie zu verwenden? Ich freue mich darauf, mit verschiedenen Rezepten zu experimentieren und diese Kräuter in meine Küche zu integrieren. Basilikum eignet sich perfekt für Pesto und Petersilie verleiht Salaten eine frische Note. Basilikum und Petersilie sind in der Tat vielseitige Kräuter. Sie verleihen vielen Gerichten einen Hauch von Geschmack. Thymian eignet sich auch hervorragend, um Suppen und Eintöpfen Tiefe zu verleihen. Unbedingt. Thymian verleiht herzhaften Gerichten einen warmen und erdigen Geschmack. Und vergessen wir nicht die Minze. Es ist fantastisch für erfrischende Getränke und Desserts. Minze ist ein fantastisches Kraut zum Verzehr. Es kann Cocktails, Tees und sogar Obstsalate verfeinern. Es verleiht jedem Rezept ein cooles und belebendes Element. Ich freue mich, dass du das denkst. Ich kann es kaum erwarten, ein paar Mojitos und Minzwasser zuzubereiten. Es ist perfekt für heiße Sommertage. Mojitos sind eine klassische Wahl. Die Kombination aus Minze, Limette und Rohm ist einfach herrlich. Es ist eine großartige Möglichkeit, die frischen Aromen Ihres Gartens zu genießen. Apropos Gärten, haben Sie Kräuter oder Pflanzen, die Sie gerne anbauen? Ja, ich habe auch einen kleinen Kräutergarten. Ich liebe es, Rosmarin und Schnittlauch anzubauen. Rosmarin verleiht gebratenem Fleisch eine duftende Note, während Schnittlauch ideal zum Garnieren von Gerichten ist. Rosmarin und Schnittlauch sind eine ausgezeichnete Wahl. Sie verleihen den Mahlzeiten auf jeden Fall einen einzigartigen Geschmack. Ich muss erwägen, sie auch in meinen Kräutergarten aufzunehmen. Es lohnt sich, sie auszuprobieren. Der Anbau von Kräutern versorgt sie nicht nur mit frischen Zutaten, sondern verbindet sie auch mit der Natur. Es ist eine lohnende und therapeutische Erfahrung. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist etwas Besonderes, Kräuter aus dem eigenen Garten zu ernten und sie beim Kochen zu verwenden. Es verleiht jedem Gericht eine persönliche Note. Absolut! Es ist ein wunderbares Gefühl, eine Verbindung zu dem Essen zu haben, das man zubereitet. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und ihre kulinarischen Fähigkeiten zu erweitern. Ich freue mich darauf, die Welt der Kräuter weiter zu erkunden und mit verschiedenen Kombinationen in meinen Rezepten zu experimentieren. Es ist eine fortwährende Entdeckungsreise. Das ist der Geist. Genießen Sie den Prozess und haben Sie Spaß daran, die unglaublichen Aromen zu entdecken, die Kräuter in Ihre Küche bringen. Ich bin mir sicher, dass Ihre Gerichte noch köstlicher sein werden. Ich danke dir. Deine Ermutigung bedeutet mir viel. Auf viele schmackhafte und köstliche Mahlzeiten liegen vor uns. Prost! Lektion 13 Musikalisch Flucht Hallo Anna! Steckst du manchmal im Stau fest? Ich finde es kann ziemlich frustrierend sein, aber ich höre Musik, um mir die Zeit zu vertreiben. Hallo John! Ja, der Verkehr kann lästig sein. Ich habe eine ganze Reihe von Verspätungen auf der Straße erlebt. Musik ist in der Tat eine großartige Möglichkeit, die Situation erträglicher zu machen. Welche Art von Musik hörst du normalerweise? Ich mag eine Vielzahl von Genres, von Pop und Rock bis hin zu Klassik und Jazz. Das hängt von meiner Stimmung und der Verkehrssituation ab. Wie steht's mit dir? Ich habe auch einen vielfältigen Musikgeschmack. Ich schätze verschiedene Stile und Künstler. Es ist interessant, wie Musik verschiedene Emotionen hervorrufen und eine Stimmung für den Moment erzeugen kann. Musik hat die Art, uns in eine andere Welt zu entführen, auch wenn wir im Stau stecken. Es ist wie eine vorübergehende Flucht aus der Hektik des Alltags. Das ist eine schöne Art, es auszudrücken. Musik hat die Kraft, unsere Stimmung zu heben und ein Gefühl von Trost zu spenden. Sie kann einen alltäglichen Moment in etwas Magisches verwandeln. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Manchmal, wenn ich im Stau stehe, verliere ich mich in den Melodien und Texten. Es wird zu einem Minikonzert in meinem Auto. Es ist wunderbar, wie Musik in unseren eigenen Fahrzeugen ein persönliches Refugium schaffen kann. Es ermöglicht uns, uns von der Außenwelt zu trennen und in den Rhythmus und die Harmonie einzutauchen. Genau. Und es geht nicht nur um die Musik selbst. Die Texte spiegeln oft unsere eigenen Erfahrungen und Emotionen wieder, was die Reise bedeutungsvoller macht. Liedtexte sprechen unsere Herzen an, nicht wahr? Sie können tiefgründige Botschaften vermitteln und Geschichten erzählen, mit denen wir uns identifizieren können. Es ist, als hätte man einen Begleiter im Auto. Absolut. Musik kann eine beruhigende Präsenz sein, besonders in frustrierenden Momenten wie dem Stau. Es hilft, die Spannung abzubauen und ein Gefühl der Ruhe zu vermitteln. Es ist faszinierend, wie Musik einen so tiefgreifenden Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Sie hat die Fähigkeit, unsere Stimmung zu heben, Stress abzubauen und die Zeit schneller vergehen zu lassen. Das ist so wahr. Musik ist eine universelle Sprache, die Menschen verbindet und Barrieren überwindet. Es ist eine Quelle der Freude und Inspiration, die wir alle schätzen können. In der Tat. Ob es nun darum geht, mitzusingen, mit den Finger zu klopfen oder einfach nur im Takt zu schwanken, Musik bringt uns zusammen und macht die Reise angenehmer. Ich hätte es nicht besser sagen können. Wenn Sie also das nächste Mal im Stau stecken, denken Sie daran, Ihre Lieblingsmusik einzuschalten und sich von der Musik durch die Reise führen zu lassen. Absolut. Lass die Musik dein Begleiter sein und entkomme den Frustrationen der Straße. Umarme die Melodien und lass dich von ihnen an einen besseren Ort tragen. Ich danke dir. Deine Worte finden bei mir Anklang. Musik ist wirklich eine starke Kraft, die einen alltäglichen Arbeitsweg zu einem unvergesslichen Erlebnis machen kann. Genießen Sie bis zum nächsten Mal den Rhythmus des Lebens. Lektion 14. Lebendiger Stil Hallo Anna, was hältst du in letzter Zeit davon, leuchtende Farben zu tragen? Ich habe darüber nachgedacht, meiner Garderobe ein paar Farbtupfer hinzuzufügen. Hallo John. Ich stimme zu. Helle Farben haben die Kraft, unsere Stimmung zu heben und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Sie können unserem Aussehen ein Gefühl von Freude und Selbstvertrauen verleihen. Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie Farben unsere Emotionen und Wahrnehmungen beeinflussen können. Das Tragen kräftiger Farben kann dazu führen, dass wir uns energischer fühlen und Positivität ausstrahlen. Das ist wahr. Mir ist aufgefallen, dass ich mehr Komplimente und positive Reaktionen von anderen erhalte, wenn ich hellere Farben trage. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich abzuheben. In der Tat. Lebendige Farben ziehen die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich und hinterlassen einem bleibenden Eindruck. Sie können ihr Outfit unvergesslich machen und ein Gefühl von Individualität vermitteln. Farben wie Königsblau und Sonnengelb haben mich besonders angezogen. Sie wirken so fröhlich und erfrischend. Welche leuchtenden Farben trägst du gerne? Ich liebe es, mit verschiedenen Farben zu experimentieren, aber in letzter Zeit tendiere ich zu Korallen und Smaragdgrün. Koralle ist ein wunderschöner, warmer Ton, während Smaragdgrün für einen Hauch von Eleganz sorgt. Korallen und Smaragdgrün sind eine ausgezeichnete Wahl. Sie klingen wie vielseitige Farben, die sich problemlos in verschiedene Ensembles integrieren lassen. Hast du irgendwelche Styling-Tipps? Definitiv! Wenn Sie helle Farben tragen, ist es wichtig, sie mit neutralen Tönen abzugleichen. Wenn Sie beispielsweise ein korallenrotes Oberteil mit einer weißen Hose kombinieren, können Sie einen frischen und schicken Look erzielen. Ich verstehe. Wenn Sie also helle Farben mit neutralen Farben kombinieren, können Sie ein harmonisches und gut zusammengestelltes Outfit kreieren. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Exakt! Es geht darum, eine visuelle Balance zu schaffen, die die leuchtenden Farben zum Strahlen bringt, ohne das Gesamtbild zu überfordern. Accessoires können auch dazu beitragen, Farbakzente zu setzen. Ah, ich hatte nicht an Accessoires gedacht. Wie können Sie ein lebendiges Outfit aufwerten? Accessoires wie auffällige Ohrringe oder ein farbenfroher Schal können die leuchtenden Farben, die Sie tragen, ergänzen und hervorheben. Sie können eine zusätzliche Ebene des Interesses hinzufügen und den gesamten Look zusammenfügen. Das macht Sinn. Accessoires können der letzte Schliff sein, der die Gesamtästhetik vervollständigt. Sie bieten die Möglichkeit, Ihren persönlichen Stil zu präsentieren. Absolut! Ihren persönlichen Stil durch lebendige Farben und Accessoires zum Ausdruck zu bringen, ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen und ein modisches Statement abzugeben. Ich freue mich darauf, mehr leuchtende Farben in meine Garderobe zu integrieren und mit verschiedenen Kombinationen zu experimentieren. Es ist eine unterhaltsame und kreative Art, meine Modeauswahl zu verbessern. Ich freue mich, das zu hören. Entdecken Sie die lebendige Seite der Mode und haben Sie Spaß daran, die endlosen Möglichkeiten zu erkunden, die leuchtende Farben bieten. Ihr Stil wird sicherlich glänzen. Ich danke dir. Deine Ermutigung bedeutet mir viel. Auf einen Kleiderschrank voller Farbe und Selbstdarstellung. Bleiben Sie bis zum nächsten Mal stillvoll und genießen Sie die Schönheit lebendiger Farben. Lektion 15 Intelligentes Buchen Hallo Anna, wenn es um die Buchung von Unterkünften geht, achte ich immer darauf, die Objektbeschreibungen gründlich zu lesen und alle spezifischen Anforderungen mitzuteilen. Es hilft, ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten. Was ist dein Ansatz? Hallo John. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, die Immobilienbeschreibungen sorgfältig zu lesen, um Überraschungen zu vermeiden und einen Ort zu finden, der ihren Bedürfnissen entspricht. Klare Kommunikation ist der Schlüssel. Wie kommunizieren Sie Ihre Anforderungen? Normalerweise wende ich mich direkt über die Buchungsplattform an den Gastgeber oder Hausverwalter. Ich stelle alle Fragen, die ich habe, und gebe Einzelheiten zu meinen Vorlieben oder Sonderwünschen an. Es hilft, ein klares Verständnis herzustellen. Das ist ein kluger Ansatz. Durch direkte Kommunikation können Sie alle Unsicherheiten klären und sicherstellen, dass die Immobilie Ihren Bedürfnissen entspricht. Es ist wichtig, proaktiv zu sein. Absolut. Indem Sie proaktiv sind und Fragen stellen, können Sie alle notwendigen Informationen sammeln, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Das erspart Ihnen spätere Enttäuschungen. Es ist wichtig, Faktoren wie Lage, Ausstattung und alle spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen, die Sie möglicherweise haben. Wenn Sie die Objektbeschreibungen gründlich lesen, können Sie beurteilen, ob sie die richtige Wahl ist. Ja, Objektbeschreibungen enthalten oft wertvolle Informationen über die Ausstattung der Unterkunft, nahegelegene Attraktionen und etwaige Einschränkungen. Wenn Sie diese Details kennen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, sich die Bewertungen früherer Gäste anzusehen. Sie können Einblicke in den Zustand der Unterkunft, die Sauberkeit und die Reaktionsfähigkeit des Gastgebers geben. Das ist ein gutes Argument. Bewertungen bieten eine Perspektive aus erster Hand von Personen, die in der Unterkunft übernachtet haben. Sie können Ihnen ein besseres Gefühl dafür geben, was Sie erwartet, und Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Sobald Sie alle notwendigen Informationen gesammelt haben, ist es wichtig, Ihre Anforderungen klar zu kommunizieren. Informieren Sie den Gastgeber oder Hausverwalter über ihre spezifischen Bedürfnisse oder Vorlieben. Exakt. Eine klare Kommunikation stellt sicher, dass beide Parteien auf derselben Seite sind. Es hilft dem Gastgeber, deine Erwartungen zu verstehen und alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um dir entgegenzukommen. Und zögern Sie nicht, um Klärung zu bitten, wenn Sie sich bei etwas nicht sicher sind. Es ist besser, alle Informationen im Wohaus zu haben, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist besser, um Klarstellung zu bitten, als davon auszugehen und später enttäuscht zu sein. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Buchungserlebnis. Absolut. Indem Sie gründlich recherchieren und Ihre Bedürfnisse effektiv kommunizieren, können Sie Ihre Chancen erhöhen, die perfekte Unterkunft zu finden und einen angenehmen Aufenthalt zu genießen. Ich danke dir. Ihre Erkenntnisse sind wertvoll. Mit diesen Tipps im Hinterkopf werde ich bei meinen zukünftigen Buchungsbemühungen selbstbewusster sein. Auf stressfreie Reisen und unvergessliche Aufenthalte. Lektion 16. Der Nachfrage gerecht werden Hallo Anna, ich weiß, dass es schwierig ist, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Wie steht's mit dir? Wie gehst du mit Situationen um, in denen eine hohe Nachfrage nach etwas besteht? Hallo John. Es kann in der Tat schwierig sein, die hohe Nachfrage zu befriedigen. In solchen Situationen versuche ich, Prioritäten zu setzen und Wege zu finden, um die gestiegene Nachfrage effizient zu bewältigen. Was ist mit dir? Priorisierung ist der Schlüssel. Ich konzentriere mich darauf, die wichtigsten Aufgaben oder Elemente zu identifizieren, die am dringendsten benötigt werden und die Ressourcen entsprechend zuzuweisen. Es hilft sicherzustellen, dass die grundlegenden Bedürfnisse zuerst erfüllt werden. Das ist ein kluger Ansatz. Durch die Priorisierung können Sie den dringenden Anforderungen gerecht werden und Engpässe vermeiden. Dies ermöglicht einen reibungsloseren Arbeitsablauf und eine höhere Kundenzufriedenheit. Absolut. Kundenzufriedenheit ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn die Nachfrage hoch ist. Ich bin bestrebt, exzellenten Service zu bieten und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden nach besten Kräften erfüllt werden. Die Bereitstellung eines exzellenten Service trägt wesentlich zur Bewältigung der hohen Nachfrage bei. Es hilft, Kundenbindung und positive Mundpropaganda aufzubauen, was die Nachfrage weiter steigern kann. Du hast recht. Positive Mundpropaganda kann die Nachfrage steigern und einen Wachstumszyklus auslösen. Es ist wichtig, hohe Standards auf Recht zu erhalten und stets ein großartiges Erlebnis zu bieten. Neben der Priorisierung und der Bereitstellung exzellenter Dienstleistungen finde ich es hilfreich, mit einem Team zusammenzuarbeiten oder Aufgaben zu delegieren, um Effizienz zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit kann dazu beitragen, die Nachfrage effektiv zu steuern. Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Wenn die Nachfrage steigt, kann die Bündelung von Ressourcen und Fachwissen einen erheblichen Unterschied ausmachen. Dies ermöglicht eine rationellere und effektivere Reaktion. In der Tat. Indem wir die Stärken jedes einzelnen Teammitglieds nutzen, können wir gemeinsam die gestiegene Nachfrage bewältigen und Ergebnisse effizienter liefern. Darüber hinaus ist es wichtig, die Nachfrage zu antizipieren und so viel wie möglich im Woraus zu planen. Markttrends und Kundenpräferenzen im Auge zu behalten, hilft dabei, immer einen Schritt voraus zu sein. Vorfreude ist entscheidend. Indem wir über Markttrends auf dem Laufenden bleiben und die Kundenbedürfnisse verstehen, können wir proaktive Entscheidungen treffen, um die Nachfrage effektiver zu befriedigen. Absolut. Proaktivität ist angesichts der hohen Nachfrage unerlässlich. Sie ermöglicht es uns, uns anzupassen und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass wir die Erwartungen der Kunden erfüllen. Und in Situationen, in denen die Nachfrage die Kapazität übersteigt, ist es wichtig, transparent mit den Kunden zu kommunizieren. Die Erfüllung ihrer Erwartungen und das Anbieten von Alternativen können dazu beitragen, den guten Willen aufrechtzuerhalten. Transparente Kommunikation ist unerlässlich. Sie schafft Vertrauen und Verständnis zwischen Unternehmen und Kunden. Es ist wichtig, ehrlich mit Einschränkungen umzugehen und nach alternativen Lösungen zu suchen. Indem wir die Nachfrage effektiv steuern und einen außergewöhnlichen Service bieten, können wir unseren Kunden auch in schwierigen Zeiten ein positives Erlebnis bieten. Das zeichnet uns aus und fördert langfristige Beziehungen. Das ist wahr. Sich ins Zeug zu legen, um der Nachfrage gerecht zu werden, zeugt von Hingabe und Einsatzbereitschaft. Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck und ermutigt die Kunden, wiederzukommen. Lektion 17 – Teamzusammenarbeit Hallo Anna! Bist du ein Teamplayer? Ich genieße die Zusammenarbeit absolut. Wie steht's mit dir? Findest du es wert, mit anderen zusammenzuarbeiten? Hallo John! Ja, ich glaube fest an die Kraft der Zusammenarbeit. Die Arbeit als Team ermöglicht es uns, verschiedene Fähigkeiten und Perspektiven zu bündeln, was zu besseren Ergebnissen führt. Was sind deine Gedanken? Ich könnte nicht mehr zustimmen. Zusammenarbeit bringt das Beste aus allen Beteiligten heraus. Sie ermöglicht es uns, die Stärken des jeweils anderen zu nutzen und gemeinsam mehr zu erreichen, als wir einzeln könnten. Exakt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir ein breiteres Spektrum an Ideen und Fachwissen nutzen. Es fördert Kreativität, Innovation und fördert ein Umfeld der gegenseitigen Unterstützung. Zusammenarbeit verbessert auch die Kommunikationsfähigkeiten, da wir lernen, unsere Gedanken effektiv zu vermitteln und aktiv auf die Sichtweisen anderer zu hören. Es ist eine wertvolle Fähigkeit für das persönliche und berufliche Wachstum. Absolut! Aktives Zuhören ist ein entscheidender Aspekt der Zusammenarbeit. Es hilft uns, verschiedene Sichtweisen zu verstehen, Konflikte zu lösen und engere Beziehungen innerhalb des Teams aufzubauen. Und wenn wir gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, verteilen wir die Arbeitslast und kommen effizienter voran. Es ist eine Win-Win-Situation sowohl für den Einzelnen als auch für das Team. Das ist richtig. Indem wir die Verantwortung teilen und den Fähigkeiten des anderen vertrauen, können wir Aufgaben effektiver erledigen. Es schafft auch ein Gefühl der Kameradschaft und fördert einen positiven Teamgeist. Zusammenarbeit ermöglicht es uns auch, voneinander zu lernen. Wir können Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen austauschen, was zu persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung führt. Von unseren Teamkollegen zu lernen ist von unschätzbarem Wert. Jede Person bringt ein einzigartiges Fachwissen und Erfahrungen mit. Durch Zusammenarbeit können wir unseren Horizont erweitern und neue Fähigkeiten entwickeln. Darüber hinaus hilft uns die Zusammenarbeit, Herausforderungen effektiver zu bewältigen. Wenn wir als Team auf Hindernisse stoßen, können wir Lösungen finden, Unterstützung bieten und gemeinsam den besten Weg finden. Das ist wahr. Kollaboratives Problemlösen führt oft zu robusteren Lösungen. Indem wir unsere Stärken und Perspektiven kombinieren, können wir komplexe Herausforderungen angehen und bessere Ergebnisse erzielen. Außerdem fördert die Zusammenarbeit das Gefühl, etwas erreicht zu haben und gemeinsam erfolgreich zu sein. Das Feiern von Erfolgen als Team schafft ein positives Arbeitsumfeld und motiviert alle, nach Spitzenleistungen zu streben. Das gemeinsame Feiern von Meilensteinen stärkt den Zusammenhalt und die Moral des Teams. Es bekräftigt die Idee, dass wir Teil von etwas Größerem sind und ermutigt uns, weiterhin zusammenzuarbeiten. Ich danke dir. Ihre Erkenntnisse sind wertvoll. Zusammenarbeit bringt wirklich das Beste aus uns heraus und führt zu bemerkenswerten Ergebnissen. Es geht darum, eine starke Teamarbeit zu fördern und gemeinsam Großes zu erreichen. Lektion 18 Schwimmen und Herbstfreuden Hallo Anna. Oh, ich schwimme auch gerne. Es ist so eine erfrischende und belebende Aktivität. Wie steht's mit dir? Schwimmen Sie auch gerne? Hallo John. Absolut. Schwimmen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Es ist unglaublich befreiend, durchs Wasser zu gleiten. Es ist eine großartige Möglichkeit, im Sommer aktiv zu bleiben und sich abzukühlen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Gefühl der Schwerelosigkeit im Wasser ist wirklich bemerkenswert. Es ist nicht nur eine fantastische Form der Bewegung, sondern auch eine Möglichkeit, sich zu entspannen und abzuschalten. Definitiv. Schwimmen beansprucht mehrere Muskelgruppen und fördert die kaliovaskuläre Fitness. Es handelt sich um eine Aktivität mit geringer Belastung, die für Menschen jeden Alters- und Fitnessniveaus geeignet ist. Das macht das Schwimmen so vielseitig. Es ist eine lebenslange Fähigkeit, die zum Spaß, zur Fitness oder sogar als Wettkampfsport genutzt werden kann. Die Möglichkeiten sind endlos. Absolut. Ob es darum geht, Runden in einem Pool zu schwimmen, die Wunder des Ozeans zu erkunden oder einfach nur in einem See zu planschen, im Wasser zu sein hat immer etwas Magisches. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Wasser hat eine Art, unsere Sinne zu fesseln und ein Gefühl der Ruhe zu vermitteln. Es ist eine großartige Möglichkeit, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Oh, ja! Der Herbst ist eine Jahreszeit voller lebendiger Farben und natürlicher Schönheit. Die feurigen Rot-, Orangen- und Goldtöne der Blätter schaffen eine malerische Landschaft, der man nur schwer widerstehen kann. Exakt. Das wechselnde Laub verleiht der Umgebung einen einzigartigen Charme. Es ist eine Zeit, in der sich die Natur verändert und wir die Wunder der wechselnden Jahreszeiten erleben können. Der Herbst bedeutet auch eine Zeit des Übergangs und der Besinnung. Es ist eine Jahreszeit, die uns einlädt, langsamer zu werden, den gegenwärtigen Moment zu schätzen und die Schönheit des Wandels anzunehmen. Das ist so wahr. Der Herbst ermutigt uns, Veränderungen anzunehmen, genau wie die Blätter, die anmutig von den Bäumen fallen. Es erinnert daran, dass Veränderung ein schöner und notwendiger Teil des Lebens sein kann. Absolut! Der Kreislauf der Natur lehrt uns wertvolle Lektionen über Widerstandsfähigkeit, Loslassen und Neuanfänge. Es ist eine wunderbare Metapher für persönliches Wachstum und Selbstreflexion. Und vergessen wir nicht die Freude an Herbstaktivitäten wie Apfelpfelken, Kürbisschnitzen und gemütlichen Abenden am Kamin. Es ist eine Jahreszeit, die Wärme, Komfort und ein Gefühl von Nostalgie bringt. Du hast absolut recht. Herbsttraditionen schaffen bleibende Erinnerungen und bieten die Möglichkeit, mit geliebten Menschen in Kontakt zu treten. Es ist eine Zeit, die einfachen Freuden zu genießen und neue Erlebnisse zu schaffen. Lektion 19 – Zusammen einkaufen Hallo Anna! Klar macht es immer mehr Spaß, mit jemandem einzukaufen. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Ich freue mich darauf, die Geschäfte zu erkunden und tolle Angebote zu finden. Hallo John! Ich stimme zu. Das Einkaufen mit einem Freund sorgt für zusätzlichen Genuss. Wie wäre es, wenn wir uns um 10 Uhr treffen? Auf diese Weise haben wir genügend Zeit, um zu stöbern und das Beste aus unserem Einkaufsbummel herauszuholen. Hört sich gut an. Es ist 10 Uhr morgens. Gibt es bestimmte Geschäfte oder Bereiche, die Sie besuchen möchten? Ich bin offen für Vorschläge und freue mich darauf, neue Orte zu entdecken. Großartig! Ich habe von einer trendigen Boutique in der Innenstadt gehört, die einzigartige Kleidung und Accessoires anbietet. Es könnte sich lohnen, einen Blick darauf zu werfen. Und in der Nähe gibt es auch ein großes Kaufhaus mit einer Vielzahl von Optionen. Das klingt perfekt. Ich bin immer bereit, neue Modetrends zu entdecken. Fangen wir mit der Boutique an und machen uns dann auf den Weg zum Kaufhaus. Wir können uns Zeit nehmen und jedes Einkaufserlebnis genießen. Es ist wichtig, den Prozess zu genießen und ihn nicht zu überstürzen. Unterwegs könnten wir auf versteckte Juwelen und unerwartete Funde stoßen. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, unsere Modepräferenzen nachzuholen und mit anderen zu teilen. Absolut! Beim Einkaufen geht es nicht nur darum, neue Artikel zu erwerben, sondern auch um das Erlebnis selbst. Es ist eine Gelegenheit, unseren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen und Stücke zu entdecken, bei denen wir uns sicher und wohl fühlen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, Kleidung und Accessoires zu finden, die bei uns ankommen und widerspiegeln, wer wir sind. Es ist eine Form der Selbstdarstellung und eine Möglichkeit, unser Selbstvertrauen zu stärken. Und einen Einkaufskumpel wie sie zu haben, macht das Erlebnis noch angenehmer. Wir können uns gegenseitig ehrliche Meinungen geben, uns gegenseitig helfen, die perfekte Lösung zu finden und den gesamten Prozess interaktiver und unterhaltsamer gestalten. Das ist wahr! Gemeinsames Einkaufen ermöglicht es uns, vom Sinn für Mode zu lernen und neue Stile zu entdecken, die wir vielleicht vorher nicht in Betracht gezogen haben. Es erweitert unsere Perspektive und hilft uns, unsere Komfortzonen zu verlassen. Absolut! Es ist immer aufregend, etwas Neues auszuprobieren und mit verschiedenen Looks zu experimentieren. Gemeinsames Einkaufen ermutigt uns, aufgeschlossen zu sein und neue Trends und Stile anzunehmen, die wir selbst vielleicht nicht entdeckt hätten. Und vergessen wir nicht die Freude, ein gutes Angebot zu finden oder über einen Verkauf zu stolpern. Diese Momente der Aufregung und Zufriedenheit mit einem Freund zu teilen, verleiht dem Einkaufserlebnis eine zusätzliche Ebene der Freude. Du hast absolut recht! Der Nervenkitzel eines guten Schnäppchens ist unübertroffen. Es ist, als würde man einen verborgenen Schatz entdecken. Und diese Begeisterung mit einem Freund teilen zu können, verstärkt die Freude. Lektion 20 Reisepräferenzen Hallo Anna! Ich plane eine Reise und wollte dich um Rat fragen. Kannst du ein tolles Buch empfehlen, das du während der Reise lesen kannst? Hallo John! Natürlich helfe ich gerne weiter. Welches Genre gefällt dir? Belletristik, Sachliteratur oder etwas anderes? Ich bin offen für verschiedene Genres, aber ich habe Lust auf einen fesselnden Roman, der mich fesseln wird. In diesem Fall kann ich Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafon nur empfehlen. Es ist ein tackendes Mysterium, das in Barcelona spielt. Das klingt faszinierend. Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Danke für die Empfehlung. Übrigens, kann ich bei der Buchung meines Fluges auch meinen Sitzplatz wählen? Die meisten Fluggesellschaften ermöglichen es Passagieren, ihre Sitzplätze während des Buchungsvorgangs auszuwählen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass sie sich während des Fluges wohlfühlen. Das ist gut zu wissen. Ich bevorzuge einen Fensterplatz, um die Aussicht zu genießen. Ich verstehe. Fensterplätze bieten eine großartige Gelegenheit, die Wolken zu betrachten oder die Landschaften unter ihnen zu bewundern. Exakt. Außerdem ist es einfacher, mich am Fenster auszuruhen, wenn ich während des Fluges ein Nickerchen machen möchte. Das ist ein berechtigtes Argument. Die Möglichkeit, sich ans Fenster zu lehnen, kann für zusätzlichen Komfort sorgen. Gibt es noch andere Sitzmöglichkeiten, die ich in Betracht ziehen sollte? Ich möchte das Beste aus meinem Flugerlebnis machen. Nun, wenn Sie Wert auf einen einfachen Zugang zum Gang legen und Ihre Beine lieber ausstrecken möchten, ist ein Gangsitz möglicherweise eine gute Wahl. Ah, ich verstehe. Ein Platz am Gang wäre praktisch, besonders für längere Flüge, wenn ich mich vielleicht etwas bewegen muss. Ja, es kann bequemer sein, wenn Sie auf die Toilette gehen oder während des Fluges aufstehen, um sich die Beine zu vertreten. Das ist wahr. Das werde ich bei der Auswahl meines Sitzplatzes berücksichtigen. Danke für den Rat. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen. Kleines Ding. Ich schätze Ihre Anleitung. Jetzt, mit einem großartigen Buch in der Hand und einem sorgfältig ausgewählten Sitzplatz, bin ich bereit für meine Reise. Das ist wunderbar zu hören. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Reise voller fesselnder Lektüre und komfortabler Reisen. Ich danke dir. Darauf freue ich mich. Auf eine unvergessliche Reise und schöne Momente auf dem Weg. Prost darauf. Möge Ihre Reise voller herrlicher Abenteuer und unvergesslicher Erlebnisse sein. Nochmals vielen Dank. Ich bin dankbar für deine Hilfe. Ich werde meine Reiseberichte auf jeden Fall teilen, wenn ich zurückkomme. Das werde ich. Mach's gut und bis bald.